auf jedi auf jedi ja ich habe mich geschnitten hallo ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem ersten meal und und den heutigen tag werde ich natürlich mit gemüse beginnen einen cheat day muss man richtig noch einmal servus ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem ersten cheat day nach meiner keto diät also ich fange erstmal meinen cheat meal mein cheat ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem ersten cheat meal nach der keto diet und dieses fange ich mit einem salat wir brauchen natürlich vor glühen beziehungsweise ja vorsüßen woraus besteht der salat der besteht hier aus wie heißt es aus brokkoli grünkohl habe ich mir gegönnt und natürlich das beste kommt zum schluss aus sauerkraut also ich werde mir zuerst diesen tollensalat gönnen bevor ich einen bevor ich den schmarrn essen werde den ich auch natürlich dabei genießen werde also wie man das sagt zuerst kommt der brokkoli und dann die herrlich und der brokkoli herrlich also bitte fokus yes brokkoli rox genießmachen das nächste mal Bekommst du Brokkoli erst übermorgen, ja? Okay. Gehne mir den noch ein bisschen. Dann sehen wir uns beim ersten und beim letzten Meal. Das heißt, der wird aber drei Stunden dauern. Prost! All right. Okay, das und dann Angst, Konzentration, Realität. Ja, wir haben einiges vor, also das muss geschafft werden und das Thema, das ich heute besprechen möchte, ist Motivation und wie ich meine Ziele erreiche und ein paar Sekunden später. It's my life, it's now or never, but I ain't gonna live forever, I just wanna live. Ja, wie ihr seht, ich habe hier meistens Brot, also ich stehe sehr, sehr arg aufs Brot mit, somit gegangen Käse, mit Marmelade und das reicht mir eigentlich. Aber wenn ich damit fertig bin, dann brauche ich doch mehr. Und mein Lieblingsfrühstücksbrot, das ich beim Kaufland gefunden habe. Oh yeah! Und ja, erinnert mich an Weihnachten und ja, das ist der Geschmack, Karamellgeschmack mit Klebkuchengewürz, ist einfach herrlich. Genau, dazu habe ich auch ein paar Pfannkuchen gemacht und ja, sehen ein bisschen wie Krebs aus, sind aber Pfannkuchen. Und dann drüber natürlich Marmelade, Zimt, nicht vergessen. Und hier als Abschluss den Halva. Halva, es ist einfach grandios, sehr viel Vitamin E, sehr viel Fett, Tahini und ja, sehr viel Zink. Ja, wenn du ein Mann oder eine Frau bist und Perioden oder ja, feuchte Nächte, keine Ahnung, krass, dann eignet sich das hervorragend, würde ich sagen. Okay, dann fangen wir an mit der Krustprobe erstmal. Wir beginnen vielleicht damit. Genau. Ich habe verschiedene Sorten von der Marmelade. Das ist zum Beispiel, genau, Heilbeeren. Heilbeeren-Marmelade. Einfach, schauen wir mal, was die Marmelade hier taugt. Und ich habe noch Kokosrasp mit mir rein draufgetan. Boah. Also, okay. Okay. Dieser Crunch macht mich heiß. Geil. Okay. Davor esse ich die Schnitte auf und dann Leute, das ist einfach genial. Leute, das ist einfach genial. Okay, ich probiere es mal. Okay, diese. Diese Marmelade, das war die die Erdbeermarmelade. The best one. Sogar mit Mango. Geil. Schauen wir mal, ob sie was taugt. Also, eine Erdbeermarmelade ist unschlagbar. Und dann wieder anschalten. Boah. Und jetzt kann ich sterben. Okay, mit dem Brot höre ich erstmal auf und fange ich vielleicht... Genau, ich habe etwas Neues. Also, das ist ein bisschen pervers, was ich euch zeigen werde. Bitte Kinder Augen zumachen. Nein, Scherz. Und zwar auf den ersten Blick sieht das normal aus, ja. Bisschen grün, Cornflakes und ein bisschen Sojermilch. Vanilla Sojermilch. Was das Grüne ist, könnt ihr ja nur raten. Wie schätzt ihr? Was können wir sagen? Okay, ich verrate euch. Das ist Spirulina. Sojermilch. Untertitelung. BR 2018 So, what's up guys? Herzlich willkommen zu meinem Ups, I did it again. Cheat meal eigentlich. Ich habe es wieder getan und heute wird es wieder gecheatet und zwar vernünftig, wie die richtigen Persönlichkeiten es tun. Es wird wieder vernünftig gecheatet und heute auf dem Plan gibt es Sojamilch? Sojamilch, Sojamilch, Vanilla Sojamilch und Corn Flakes für die Vernünftigen. Sojamilch, Sojamilch. 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 So, ich bin sichtbar, da ist die Kamera. Genau, hallo, servus, herzlich willkommen zu meinem neuen dritten Mokbank. Natürlich alles hier ungesund und ja, wir fangen an. Eine Ewigkeit später. Ich merke gerade, dass ich kein Licht schaffe. Wartet kurz. Genau, ich habe, wie gesagt, eine Diät gemacht. Was hat mich dazu gebracht und welche Ergebnisse ich bekam, erfahrt ihr gleich. Ich möchte nämlich mit dem ersten Meal hier anfangen. Und zwar, geil, sieht zwar nicht wie ein Cheat aus, aber für mich ist es schon Cheat. Schaut mir das an. Das sind nämlich Cornflex einfach, Sojajoghurt, Mandel, genau das ist die hier. Und das ist auch keine Werbung, bitte, ja. Jemand hat mir in die Kommentare geschrieben, ich mache Werbungen hier. Nein, Fehlanzeige, das ist alles für mich. Genau, also ich habe diesen Joghurt und rote Grütze. Genau. So eine rote Grütze. Und natürlich zwei, zwei Lotus Kekse. Genau, sie heißen Stereo, aber sie sind auch vegan. Das ist geil. Gut, dann probieren wir mal, wie das schmeckt. Ich freue mich riesig, weil ich, ich frage mich jetzt euch, dass ich die ganze Woche keine, beziehungsweise 20 Gramm Grundhydrate am Tag gegessen habe. Also meine Gluchgenspeicher hier in der Lebe und die Muskeln sind sowas von leer. Also, Prost. Das ist geil. Also diese Mischung, Frischkäse, natürlich vegan und dann Brot einfach dazu. Und da drauf tue ich ein Stück Obst, damit es ein bisschen gesünder wird und dann ein bisschen Marmeladee und dann, äh, dann nehmen wir ein bisschen Zimt, damit diese Blutzpikes nicht so arg sind. Das heißt, damit der Blutzuckerspiegel reguliert wird und dann gönne ich mir. Also, Prost. Und... Exquisit, exquisit. Boah, herrlich. Grandissimo, mamma mia. Es ist sehr gut. Das letzte Stück. Sieht wunkelmasse aus. Hoppala. So. Mhm. 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 Ich muss meine Schwester anrufen. Kurz. Hallo, Patti? Ich bin gerade... Warte, okay. Jetzt noch mal online. Ah, jetzt ist das. Du hast schon ein Video gemacht. Du musst es euch einfach mal erzählen. Ach, okay. Du bist gleich. Ciao. Ciao. Alles gut. Es gibt Veganer, die sich sehr gesund ernähren und davon sehr wenig halten. Und ich muss euch sagen, ja, ich war auch so gesunde Veganer. Ich habe andere Karotte gegessen, Sellerie und, und, und. Hm. Boah. Alter, Walter ist es wettbar. Und dann bin ich zur Kenntnis gekommen. Ja, wenn ich so leben möchte, dann kann ich direkt ins Kloster gehen und auf dem heißen Stein meditieren und an die guten Menschen denken und an Tanzdisko glauben. Vielleicht. Ja, kann man machen. Hm. Eine Birne wird nichts ersetzen, wenn es lecker. Okay. So, ich esse. Ich labere zu viel verdammt. Das ist doch Mopeng. So. Dang. Ich habe sogar eine Gabel. Eine Gabel, damit ich meine Hände nicht schmutzig mache. So, schauen wir mal, was das ist, was das taucht. Boah, das sieht echt geil aus. Schaut euch das an. Wie geil ist das denn? Du, 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 du. Okay, der Erste bist. Auf euch. Ist der der Schuss? Okay. Jetzt kann ich sterben, aber echt. Die richtigen Cheater, die 10.000 Kalorien am Tag essen, also am Cheat Day, die werden jetzt sagen, joa, was für ein Cheat ist das denn jetzt? Das ist nur Marmelade und ein bisschen Diorgut und ja, das ist normaler Essen und ja, das sind meine Standards, also für mich das ist Cheat Day und jede Person ist anders einfach und das ist gut so, deswegen haben wir so eine große Vielfalt auf der Welt und sonst wäre das ist verdammt langweilig. Ein bisschen Marmelade, also übrigens, das ist eine Heilbeeren Marmelade. Ja, übrigens schöne Grüße an Patricia aus Buchholz und an ihre ganze Familie. Ich habe mich mental unterstützt und unterstütze sie immer. Prost auf sie, auf euch! Käse mit dem Kokosmus Geschmack. Geil. Ja, geil. Und wenn ich für mir eine Lottos Kekse drauf, dann, dann nichts mehr. Und ich, ich überleg's mir. Ich überleg's mir, weil, weil ich ehrlich gesagt, generell, ich habe recherchiert, diese Diät ist für die, die Ausdauersport machen, also für die Landläufer, Marathenläufer, Fahrradfahrer und 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 und. Also, diese schnelle Energie bekommst du von den grünen Karten. Genau. Ist lecker. Mhm. Das ist ja lecker. Ja. Ja. Das müsste er zu Hause nicht nachmachen, ja. Ja. Weil es so kriminell lecker ist. Krass. Ja. Also wie dir das Video zuschauen jetzt gerade. Ja, du. Du. Fühl dich angesprochen. Womit cheatet ihr? Was esst ihr Ungesundes? Schreibt mir bitte in die Kommentare. Es würde mich sehr, sehr interessieren. Geil. Dieses habe ich noch nie genissen. So, wir essen mit Stil. Bambambambaba. Geil, oder? Hm. Alter, Alter, ist das lecker. Das ist das Beste. Kommt zum Schluss? Nicht zum Schluss. Das Beste kommt gleich. Zuerst aber möchte ich die, das ist der Schnecke. Schnecke der Staat. Ausprobieren. Seht ihr die? Warum heiraten die Leute? Aus Status? Kann das sein? Hm. Und unter den Gleichgesinnten findet man auch leidenschaftlich schön, sexy aussehende Frau. Ja. Hm. Zum Beispiel im Fitnessstudio. Also, für mich. Also nicht jede Person geht ins Fitnessstudio. Was ich natürlich empfehlen würde. So. Zum Ausgleich ein bisschen Obst. Sonst, ja, sonst sind wir am Arsch, würde ich sagen. So. Und jetzt. Das Beste. Es ist mir noch vom, wie heißt es, Karneval übrig geblieben. Jetzt gerade aufgewärmt. Nein, Scherz. Ich habe ihn gestern gepaucht. Fuck. Ohne Füllung. Was soll das denn? Das ist blöd. Aber. Ich habe Marmelade. Papa. Ich habe Marmelade. Dann, ne? Hm. Lecker. Ist der Rischus? Ja. Man muss ein bisschen Spaß an denen haben. Sonst. Verrecken wir. Ohne Spaß zu haben. Okay. Dann. Aber nicht mit dem Croissant. Croissant. Also. So mein französischer Akzent. Ist keine Verarsche. Das soll einfach lustig sein. Wow. Genau. Okay. Ohne Schocki. So. Geil. Okay. Sehr zart. Schauen wir mal. Hm. Hört ihr das? Wow. So mushy. Nice. Hm. 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 Was ist das denn? Guten Appetit. Dankeschön. Dir auch. Muffin. Okay. Wir machen jetzt noch weiter mit dem. Muffin. Das drauf habe ich mich riesig gefreit. Genau. Muffin. To go. Servus Sophie. Muffin. Oh mein Gott. Ich werde langsam. Betrunken. Morgen bekomme ich Foodporn Cutter. Foodporn Cutter. Foodporn Cutter. Okay. Ich hoffe. Drinnen gibt's Mousse au chocolatier. Gleich. Ein nein. Ist ganz trocken. Gibt's nichts drinnen. Egal. Weil. Pech gehabt. Hm. 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 Aber. Ich hab. Ich hab. Ich hab feuchtes Obst. Äh. Äh. Wie heißt das? Nasses Obst. Oder. Ja. Okay. Brownie. Mit Kiwi. Wie. Wer sagt ihr dazu? Das ist so wie Banane mit Senf. Hm. Noch ein Tipp an euch. Wenn ihr schon cheatet. Dann. Nehmt den Zimt. Natürlich. Ich wiederhole das immer wieder. Trinkt vor dem Chi. Wasser mit Essig und Linone. Das fördert die Verdauung. Und bewirkt das. Dass das Fett nicht so arg abgespeichert wird. Und reguliert das. Reguliert auch Blutzucker. Hm. 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 Sehr frischend. Hmhm. Hi. Ich hab euch. Boah. Rote Kürz ist geil. Hmhm. Hm. 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 So. Dann würde ich sagen. Wir schließen das ganze ab. Und. Es hat mich riesig gefreut. Nein. Ihr seid. Wir sind einfach geil. Dankeschön. Sophia. Dankeschön. An euch allen. Und. Ja. Haut rein. Gönnt euch etwas. Weil. Ja. Das Leben ist schon. Irgendwie. Bitter. Deswegen. Versüßen wir uns. Dieses. Mit. Süßigkeiten. Zum Beispiel. Und. Ja. Ich war. Also. Haut rein. Ciao. Ich mach. Fertig. Hier. Ich räume auf. Und dann. Geh schlafen. Und. Danach. Trainieren. Also. Ciao.